Mein Name ist Simon Stock, ich bin 15 Jahre alt. Meine Position, ich bin Torhüter. Mein bisherigen Verein waren der TSV Schwarzenberg und FC Nöttingen und jetzt der KSC. Meine Ziele mit der Mannschaft sind, oben mitzuspielen. Und meine persönlichen Ziele sind, mich immer weiterzuentwickeln und einmal Profi zu werden.